Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Scheiß Zeitumstellung. Anstatt einer Morgenleute im Bett, hatte ich heute einen im Bus. Unter meinen Klamotten bin ich nackt. Daumen hoch, wenn du das sexy fandst. Also ich fand es sexy. Und jetzt exz dir ein Bier weg. Ich kann, wenn ich will. Aber wer will, dass ich muss, der kann mich mal. Die einen haben Schmetterlinge im Bauch, die anderen Flugzeuge. Und ich habe nicht einmal gefrühstückt. Mein schlimmster Albtraum ist, dass es euch alle in echt gibt. Ich habe Angst, dass ich eines Tages so früh aufstehen muss, dass ich mich selber sehe, wie ich ins Bett gehe. Noch einen Autokorrekturwitz und ich laufe Amor. Ein großes Lob an dieser Stelle an die Kameramänner von Jurassic Park, die so nah an die Dönesaurier ran mussten. Gibt es eigentlich Pfand auf leere Versprechungen? Fakt ist, ein Apfel und ein von Mama gestittener Apfel sind zwei völlig verschiedene Obstsorgen. Vergesst Schallplatten. Echte Hipster hören Musik auf den kleinen Radios, die es damals in jedem Happy Meal gab. Alter, oh ne Scheiße. Ich bin wie Gott, jeden Sonntag fertig mit der Welt. Wenn die, die schlecht über mich reden, wüssten, was ich von ihnen halte, dann würden sie noch viel schlechter über mich reden. Wenn es mit Panzertape nicht hält, nimmst du zu wenig Panzertape. Mit Panzertape für jedes... Nein, nein, zu einem... Als Nacktschläfer hat man es nicht leicht im Bus. Im Supermarkt die Warentrenner verstecken und zuschauen, wie die Welt auseinanderbricht. Wann ist in Polen Weihnachten? Na, kurz nachdem wir in Deutschland Weihnachten gefeiert haben. Trinke nie mehr, als mit aller Gewalt in dich reingeht, Junge. Trinke nie mehr, als mit aller Gewalt in dich reingeht. Gondlogik. Bevor es Facebook gab, wussten nur deine Eltern, dass du ein Vollidiot bist. Ich merke schon, es wird Herbst. Die Assis kombinieren ihre Jogginghosen wieder mit ihren Lederjacken. Meine Frau meinte zu mir, ich soll endlich aufhören, mit den alten Funkgeräten zu spielen. Oder sie verlässt mich. Au revoir. Ich mag das Geräusch nicht, das Leute machen, wenn sie reden.